So, es ist soweit. 4.000 Autogrammkarten werden heute unterschrieben und ihr seid dabei. Das war mir ganz, ganz wichtig für das große Deluxe-Paket, was wir dieses Jahr von Explosive rausbringen. Habe ich mir gedacht, ich bin ja nicht nur der schnellste Geiger der Welt, sondern ich kann auch schnell unterschreiben. Und wir halten das jetzt mal für euch fest und Elke Krüger war lieb genug, mir dabei zu helfen und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik